Was ganz klar war für mich, ist, dass ich Bock hatte auf einen richtig geilen Laden. Einen richtigen Männerladen. Gab es noch nicht. Gibt es jetzt. Es ist Leben in der Bude. Es macht uns unheimlich viel Spaß. Wir haben richtig Bock drauf. Und ja, es ist ein Treffpunkt für Typen, alle Generationen. Wir wollten eine Wohnzimmeradvorsiere schaffen. Der Mann kommt rein und ist zu Hause. Viel Holz, wärmere Farben, kein Bling-Bling, kein Blitzer. Ja, es wurde einfach Zeit, dass der Mann wieder seinen Ort findet, wo er sich besonders wohlfühlt. Wo er sich aufgehoben fühlt. Wo er verstanden wird. Und wo er die Dienstleistung bekommt. Wodrin er sich einfach wieder erkennt. Er kriegt ein Bier, er kriegt den Playboy, er kriegt die Kicker. Die sind, denke ich, in Freiburg in dieser Aufmachung sehr einzigartig. Der Mann wurde in letzter Zeit fast ein bisschen vergessen einfach. Unser Shop ist von Männern für Männer. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017